Herzlich Willkommen beim Videoepilog zu Metal Gear Solid. Wir haben ja gerade den Test veröffentlicht zu Metal Gear. Du hast ihn geschrieben. Wir haben beide extensiv gespielt und wir wollen heute noch mal darüber sprechen in diesem Epilog, wo es Widersprüche und Probleme in der Dramaturgie gibt oder auch darüber, warum uns Metal Gear letztlich beide nicht so begeistern konnte, wie es sonst der Fall war, wie es früher der Fall war. Wir konzentrieren uns jetzt nicht nochmal auf alle Kontrapunkte im Spieldesign, sondern wirklich auf ein paar ausgewählte Punkte und da insbesondere, da wollen wir insbesondere über die Regie sprechen von Kojima und die Dramaturgie innerhalb des Spiels und keine Angst. Ja, wir müssen natürlich über ein paar Dinge sprechen, die etwas verraten, wir müssen Namen nennen, aber wir werden auf gar keinen Fall irgendwas über die Auflösung sagen und über das Ende, sondern wir gehen eher auf die Aspekte ein, die am Anfang so im ersten Drittel und im, sag ich mal im Mittelteil, die bis dahin schon auffallen. Und da möchte ich mal anfangen mit der, mit dem Prolog, mit der Geschichte, mit dem Gesicht. Was war da los, Michael? Ja, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich eigentlich nur eine Antwort habe. Ich glaube einfach, Kojima wollte irgendwie die Charaktererstellung für Metal Gear Online einfach cool witzig ins Hauptspiel packen mit diesem Editor bei der Gesichtsoperation. Ja, ist ja so, man startet das Spiel, man ist im Intro und dann wird ja das Gesicht operiert von dem Chirurg und man kann sich dann aussuchen, wie man aussehen will. Man bekommt einen Spiegel vorgehalten und erkennt sein neues Gesicht und kurze Zeit später ist man wieder unterwegs mit dem, sieht ja nicht schlecht aus, mit dem bekannten Solid Gesicht. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also zumindest in den, also auch in den ganzen Spielen, wer ist jetzt, wo ist dieses Gesicht hin? Ja, ist weg. Und überhaupt dieser, dieser ganze Einstieg, man hat einfach keine Ahnung, was da jetzt los ist, sind das alles Halluzinationen, aber dann greift er hier sein, sein anderes Ich, ich nenne es jetzt mal einfach so, greift dann doch sehr aktiv auch in den Spielverlauf ein, erschießt Menschen, rettet. Eigentlich ist es ja immer wieder. Dramaturgisch gut, wenn Fragen gestellt werden, wenn man nicht von Anfang an alles beantworten kann und wenn so gewisse Rätsel da sind. Das ist ja auch Teil der DNA von Metal Gear. Das ist ja somit die widersprüchlichste und verwirrendste Story, die es überhaupt so gibt. Wir könnten da auch Stunden damit füllen, keine Bange, wir werden jetzt nicht alle Widersprüche jetzt irgendwie auflösen und besprechen, aber das Spiel fängt quasi mit diesem Widerspruch an. Das hat mich auch begleitet. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, wo ist denn jetzt dieses neue Gesicht hin? Aber bevor wir weiter darauf eingehen und ich glaube, es gibt da ja vielleicht auch doch noch eine Antwort, gibt es ja noch andere dramaturgische Geschichten. Kojima hat ja jetzt zum ersten Mal das Episodenformat etabliert. Aber ja, das kann theoretisch super funktionieren. Ich meine, wir haben es bei Resident Evil Revelations unter anderem gesehen, dass wenn ein Spiel wirklich auf diese Cliffhanger designt wird, dass das super funktionieren kann mit dem Episodenformat. Oder man denke auch hier an die Telltale-Geschichten. Die legen ihre Geschichten halt so an, dass jede Episode für sich spannend ist, die Geschichte weiterbringt und im Idealfall mit einem Spannungsmoment aufhört. Ich habe mich auch darauf gefreut, als es, ehrlich gesagt, als es angekündigt worden ist. Ich meine, ich schaue auch TV Episoden, also die True Detective ist cool, Lust habe ich geschaut, alles. Und ich konnte mir vorstellen, dass Kojima das auch hinbekommt. Bin aber jetzt im Nachhinein eher ernüchtert von der Art und Weise, wie Kojima das inszeniert. Ja. Und zwar deshalb, weil viele der Episoden doch recht belanglos wirken. Also wenn das, was Kojima da inszeniert, als eine Episode so in der TV-Serie laufen würde, hätte ich nach zwei Folgen wahrscheinlich keine Lust mehr. Ja, und das ist natürlich für seine erzählerische Klasse, die er unter Beweis gestellt hat, ist es schon ein Armutszeugnis. Mir geht es auch so. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die ganze Präsentation der einzelnen Episoden, es ist ja immer Hideo Kojima, der Name taucht ja überall auf, also er inszeniert sich auch selbst, ja schon im Prolog, das Poster. Und dann steht ja dabei, wer es geschrieben hat, also written by XYZ, irgendein Japaner, der diese Episode, diese Geiselbefreiung, diese Panzerzerstörung, und das ist es eben. Es ist diese Geiselbefreiung, diese Panzerzerstörung. Ich habe nicht das Gefühl, obwohl es erzählerische Höhepunkte gibt, so ist es ja nicht. Es gibt Dinge, die sind wirklich klasse, und dann fühlt man sich wieder zurückversetzt in die große Zeit der Faszination. Ja. Aber es ist viel zu oft wirklich sehr gewöhnlich, was da erzählt wird, und es ist gar nicht nötig zu sagen, written by, weil es für mich so ist, es ist einfach nur ein anderer Level gebaut worden. Ich habe ja in meinem Test, habe ich es ja mit Akte X verglichen. Da gab es ja auch immer die Folgen mit dem roten Faden, mit Raucher und Trulala. Und die hatten aber auch super abgeschlossene Fälle in sich selbst als Folgen in der TV-Serie. Und das habe ich bei Metal Gear halt einfach viel zu selten, dass die einzelnen Episoden, die mich jetzt in dem Großen und Ganzen nicht sonderlich viel weiterbringen, aber dass die mich dann trotzdem packen und begeistern. Zumindest die Hauptmission. Du hast das Gefühl, du läufst durch eine Wüste, und irgendwann kommt da wieder vielleicht am Ende dieser Mission endlich wieder diese Oase, wo Kojima seine alte Stärke, weil so wirklich wieder alle Geister von damals wieder da sind, wo der alte Nervenkitzel und aber auch die die Faszination an seiner, sag ich mal, seiner Charakterzeichnung dann, ist ja schon noch mit da, aber halt alles so gestreckt extrem. Es ist halt so, dass es gibt einen Vorspann und einen Abspann zu den Episoden. Und im Vorspann muss ich dann teilweise lesen, was kommt. Also ich werde im Vorspann gespoilert, dass jetzt zum Beispiel dieser Boss oder diese Skulls-Einheit auftritt. Das habe ich am Anfang noch gar nicht so mitbekommen, bis ich mal darauf geachtet habe. Und dann ist es natürlich wirklich einfach schlecht. Man stelle sich nur vor ein True Detective oder so würde sagen. Und Killer XY jetzt auch dabei gleich. Ja, genau. Oder es ist zum Beispiel bei 7, da wurde der Killer zum Beispiel gar nicht, der Schauspieler wurde nicht aufgeführt. Ja. Ganz einfach, um die Überraschung aufrecht zu halten. Und so stellt er sich halt dramaturgisch schon ein Bein. Also ich wäre sehr oft überrascht gewesen, wenn dann plötzlich wieder dieser Nebel gekommen wäre, die Skull-Einheit. Und dann so, dass ich das innerhalb der ersten 10 bis 15 Sekunden, die werden irgendwann auftauchen. Und was das Episodenformat für mich auch runterzieht, was ich vermisse, ist, dass in diesen Episoden andere Charaktere, die die dann ja auch hinzukommen, außer Ocelot und Solid und so weiter, zum Beispiel russische Offiziere, Generäle, was weiß ich, dass die überhaupt nicht als Charaktere dargestellt werden. Das sind einfach nur Leute, die ich eliminieren soll oder die ich rausholen soll. Aber es gibt keine kleinen Storyfetzen innerhalb dieser Geschichten, die die für mich als Charaktere greifbar machen. Kennst du einen Namen von den Leuten, die du rausgeholt hast? Igor. Igor. Ja, das ist es zum Beispiel. Man baut null Beziehungen zu den Leuten auf. Das ist alles sehr austauschbar. Selbst du siehst ja noch nicht mal so einen Unterschied. In deiner Basis war das jetzt mal ein General? Weil das nur ein einfacher Soldat, den du da rausgeholt hast. Das ist einfach nur eine Masse an austauschbaren Figuren, die da rumrennen. Und das Problem für mich und für die Dramaturgie ist dann ja letztlich, dass ich, es bleibt bei wenigen, bei einer Handvoll Figuren, die immer wieder auftauchen. Ja, und das war zum Beispiel in Ground Zeroes noch besser, weil da hast du noch Hintergrundinformationen bekommen zu deinen Zielen, die du eliminieren sollst. Und jetzt ist es so, du hast drei Offiziere, die du sollst eliminieren. Warum? Ja, es sind halt Russen. Und bei Ground Zeroes war es noch so, da hast du wirklich Informationen bekommen, was die für schlimme Taten begangen haben. Also du hattest ein Motiv, sie auszuschalten, anstatt nur einen Auffall zu erfüllen. Und das fehlt jetzt hier in Phantom Pain auch so ein bisschen. Also für deine Entscheidungsfindung spielen die Leute, die du ausschalten sollst, ihr Charakter spielt eigentlich gar keine Rolle. Es gibt natürlich auch zentralere Persönlichkeiten, mit denen du dann auch quasi Missionen bestreitest und die dann auch in der Basis sind. Aber das ist, finde ich, für diese Serie, für diese bizarren Charaktere, die es da so gibt, ist es sehr wenig, was da wirklich eingeführt wird. Ja, und vor allen Dingen vermisst man auch so eine gewisse Entwicklung. Ich meine, der Konflikt zwischen Cars und Ocelot deutet sich ja relativ früh an. Ja. Es kommt dann auch hin und wieder zu Konflikten, aber du als der große Big Boss, der Chef von dieser ganzen Truppe, du triffst keine aktiven Entscheidungen. Also du hast nie die Möglichkeit zu sagen, ja, ich stimme eher Ocelot zu oder eher Cars. Gerade bei dem Fall, wenn Quiet irgendwann zur Basis kommt, entsteht halt eben ein sehr großes Konfliktpotenzial. Ja. Und du kannst da keine Stellung beziehen wirklich, sondern... Das habe ich auch schlimm vermisst. Ja. Dass ich das Gefühl hatte, ich bin Beobachter, ich bin zwar der große Big Boss und die Leute wollen eigentlich, dass ich Entscheidungen treffe, aber du spürst seine Skepsis teilweise, ja? Auch gegenüber Cars, der eher der Fundamentalist ist und auch sein Interesse an Ocelot, der eher der spielerische Typ ist, der das Ganze ein bisschen lockerer sieht, aber du kannst nie entscheiden. Und letztlich ist es ja ein Open-World-Spiel und letztlich gehört ja auch zu so einem Episodenformat diese Spannung, was passiert als nächstes. Aber dadurch, dass ich nie in die Position komme zu sagen, nein, auf diese Art will ich nicht infiltrieren oder nein, ich erschieße den oder den nicht, bleibt das Ganze, fühle ich mich die ganze Zeit wie ein Beobachter und nicht wie eine handelnde dramaturgische Persönlichkeit letztlich. Dabei hätte sich das ja angeboten, also wir wollen das Fass ja jetzt auch nicht zu groß aufmachen, ich habe jetzt kein Rollenspiel erwartet. Aber auch andere, viel, viel kleinere Spiele haben ja bewiesen, dass Entscheidungen im kleinen Rahmen möglich sind, auch in offener Welt. Beispielsweise The Witcher auch, da geht es ja auch, dass du Dinge entscheiden kannst und das hätte gut, hätte dieser Regie gut zu Gesicht gestanden. Ja und auch generell die Welt. Du hast ja auch schon festgestellt, dass der Konflikt, der da eigentlich in Afghanistan stattgefunden hat in den 80ern zwischen den Russen und den Mujahideen, dass der im Spiel zwar thematisiert wird, auch in Dialogen, aber de facto in der offenen Welt überhaupt nicht stattfindet. Das ist ein ganz großer Widerspruch und für mich auch ein großes Motivationsproblem gewesen, obwohl ich mittlerweile, wie gesagt, ich sehe die Einsätze in der Geländetaktik, die sind für mich militärisch interessant als Stealth-Spieler. Ich liebe es einfach da zu infiltrieren und verschiedene Wege zu finden, die Lager zu erobern oder halt an die Geiseln zu kommen. Aber die Story inszeniert den großen Konflikt, die Besatzungsmacht der Sowjets, die 40. Armee da in Afghanistan und du spürst, der Krieg findet nicht statt. Ich habe keinen einzigen Mujahideen getroffen, ich bin nicht in einen einzigen Konflikt geraten, der stattfindet zwischen Rebellen, also zwischen Einwohnern und zwischen Russen. Und das, obwohl die Story die ganze Zeit darüber redet. Das heißt, so fällt es mir viel schwerer einzutauchen in die Welt. Das hat zum Beispiel nicht nur in The Witcher besser gemacht, also Konflikte wirklich darzustellen, sondern ja auch schon in Skyrim oder andere Spiele, wo du auch mal, du reitest mit deinem Pferd durch eine Schlucht und es ist mir nie passiert, dass was Unvorhergesehenes stattfindet. Und tatsächlich hat es Kojima selbst ja schon geschafft, im vierten Teil. Ja, in Metroid 4. Ja, direkt im Einstieg war man mitten zwischen die Fronten geraten und konnte sogar quasi Stellung beziehen. Man konnte irgendwann die Rebellen unterstützen, die haben dann dieses Herzchen-Symbol über ihren Köpfen. Also da hat es schon funktioniert, warum jetzt eigentlich nicht hier? Es ist so, dass Kojima verpasst es auch dadurch, die Fraktionen, diesen Krieg vor Ort in den 80ern, der es ja auch ein übler Krieg gewesen ist, richtig darzustellen. Du hast zum Beispiel in der Kassette, da wird ja erklärt, dass die Afghanen eigentlich keine Angst haben vor den Sowjets, nur vor einem. Vor einem Element der Armee, vor den Kampfhubschraubern. Und es wäre ja ein leichtes gewesen, mal eine Szene zu zeigen, wie so ein Kampfhubschrauber eine Stellung ausmistet oder wie der halt Leute verfolgt. Und der Widerspruch in der Dramaturgie ist ja dann auch das Thema, was damit zusammenhängt, die dargestellte Gewalt. Es ist ja über weite Strecken nicht komplett. Es gibt schon Situationen und Szenen, wo Kojima sein Lieblingsthema eigentlich, mit dem er ja auch Promotion gemacht hat für Metal Gear. Er will als Regisseur, als Spielregisseur, will er die Gewalt so darstellen, dass sie schmerzt, dass sie wehtut. Es gelingt ihm ja sogar in Ground Zeroes, in dem Prolog. Und jetzt spiele ich hier teilweise über 20, 30 Stunden und Gewalt findet in Afghanistan nicht statt eigentlich, bis auf ausgewählte Dinge in Nebenmissionen. Aber ich sehe keinen Flüchtling, ich sehe keinen toten Soldaten eigentlich, wenn ich nicht selber aktiv bin. Ich sehe kein Gemetzel, ich sehe keine Vertreibung, ich sehe auch das Thema Kindersoldaten. Ist zwar gegeben, wird auch aufgegriffen, aber wie spät? Und warum nicht früher? Ja, und auch alles ein bisschen inkonsequent, muss man sagen. Aber wir wollen jetzt nicht weiter spoilern. Also Kindersoldaten sind schon ein Thema. Aber ich hätte auch gedacht, nachdem was Kojima da im Vorfeld angekündigt hat, dass das alles nach einer ganzen Nummer krasser wäre. Ich habe gedacht, er packt mich viel mehr, weil es gelingt ihm ja ansatzweise in Ground Zeroes. Wenn ich daran denke, wie Ground Zeroes auch, wie es zu Ende gegangen ist, wie das Mädchen operiert wurde, die Bomben wurden hier transplantiert quasi, dann musste die Wunde wieder aufgemacht werden. Da sind ja Sachen, die sind jetzt wirklich optisch chirurgisch schmerzhaft schon. Aber ich habe von Kojima auch erwartet, dass er die Fratze des Krieges, also die schlimme Fratze des Krieges darstellt. Das Grauen, dass sie wirklich die Schnauze voll haben oder dass sie irgendwas belastet, fehlt der Regie. Ja, ich finde, das gelingt ihm halt noch im Einstieg, der auch noch sehr cineastisch ist. Also da musste ich schon ein paar Mal schlucken, wo diese Spezialeinheit da das Krankenhaus angreift. Aber danach verpufft das irgendwie. Und es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis ich dann wieder so ein ähnliches Gefühl wie das vom Einstieg empfunden habe. Du hast die Hauptmission, du hast die Nebenmission, aber dann noch wirklich noch die wichtigen Nebenmissionen, die teilweise für mich wichtiger sind, als die Hauptmission. Das ist auch ein Problem innerhalb der Struktur. Denn es gab zum Beispiel eine Nebenmission, die so relevant war, ganz am Anfang. Es ist die Nebenmission, wo ich ehemalige Soldaten der Mother Base, der alten Mother Base, die wird ja im Ground Zeroes zerstört von Cypher und dann gibt es Überlebende. Und dann gibt es eine Mission, da soll ich jemanden finden. Die war eigentlich klasse, weil das war die erste Mission, wo was wirklich Unvorhergesehenes passiert. Da findet man keine Geisel, die irgendwo im Gefängnis da bewacht wird oder was, sondern mitten in der afghanischen Pampa hinter dem Felsen lauert eine schwarze Gestalt und rennt weg. Und dann jage ich die Gestalt und dann ist es nicht so einfach. Sie hat scheinbar größere Kräfte, denn sie kann nicht einfach so wegstoßen. Auch meine Betäubungstreffer wirken nicht sofort. Und dann habe ich sie mit einem Pferd umgeritten und irgendwann nach sechs, sieben Treffern ist diese schwarze Gestalt, diese komische, vermummte, irre schwarze Gestalt, die auch einfach mal in so ein Feindlager rennt, die habe ich dann endlich bewusstlos gekriegt und habe ins Lager gebracht. Und jetzt passiert folgendes. Es ist eine Nebenmission, die mich richtig neugierig macht. Und jetzt komme ich in meine Basis. Ich kann weder diese Person finden auf der Basis und interviewen, ausfragen, ausquetschen, noch reagiert quasi die Kommandozentrale um Cars und Co. und sagt, wir untersuchen die jetzt für dich. Da dachte ich mir auch, das ist so im luftleeren Raum. Und das darf man sich natürlich, finde ich, nicht erlauben eigentlich. Das ist genau wie die Sache, dass Ocelot irgendwann meint. Man findet ja irgendwann mit Glück und gutem Gehör den Welpen. Und Ocelot meint ja dann, dass man als Snake doch mal bitte öfter in der Basis vorbeischauen soll, um nach dem Hund zu sehen. Er soll ja auch erzogen werden, er soll dann irgendwann Kampfhund werden. Ja, und die Sache ist dann, die man rennt auf der Basis rum, wirklich jede Treppe hoch. Aber man kann sie einfach nicht finden. Ich finde das ja auch klasse, dass der Hund integriert ist. Und als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und diese Anmerkung kam von Ocelot, habe ich auch gedacht, jetzt kommt ein Ten Dogs ein kleines. Das brauche ich nicht, aber ich hätte zumindest erwartet, ich kann tatsächlich mein Magazin schmeißen und der Hund reagiert oder so. Oder ich kann halt eine Bindung aufbauen, weil du baust ja auch ein Vertrauensverhältnis zu dem Pferd auf, in dem du es halt häufig benutzt. Das ist zwar jetzt auch eher statistisch als wirklich emotional oder dass du was machen musst, das ist auch vollkommen in Ordnung für Mittelgier. Aber diesem Hund fand ich es auch schade. Das ist wieder so, auf einmal ist es dann ein Fremdkörper, der Hund begrüßt dich immer und du kannst faktisch nichts tun, obwohl dir das ganze Spielumfeld suggeriert, du musst ihn doch erziehen. Und was man ja eigentlich denkt nach so einem Spruch, wenn er kommt, ja, schau doch mal vorbei, hier der Kleine freut sich dann bestimmt. Dass das dann nicht möglich ist, ist wirklich traurig. Weil so wird die Basis auch degradiert zu so einer reinen Aufbaustatistikgeschichte, die recht steril auch wirkt. Dabei wäre es ein leichtes gewesen, auch emotionale Bindung aufzubauen. Da hätte ich Kojima auch ein bisschen mehr, da hätte ich mehr erwartet. Es ist ja nicht so, dass man gar nichts auf der Basis entdecken kann. Wer die Augen aufmacht und wer ein bisschen schaut, der findet schon auch coole Sachen. Nur bei diesen einfachen Geschichten, diesen offensichtlichen emotionalen Sachen, also wo Charakter- oder Figurenbindung entstehen könnte, genauso wie zu den russischen Generälen oder Obersten in den Einsätzen, da ist so eine komische Schranke. Da ist es so, da schafft Kojima nicht den Übergang, finde ich. Was mir noch aufgefallen ist, so als ein Widerspruch, den man auch in die Dramaturgie-Ecke packen kann, das wäre diese Geschichte mit den Rettungen über das Full-Ton-System. Das ist ja tatsächlich ein authentisches System, die CIA nutzt es. Zwar nicht so wie in Metal Gear, da kann man natürlich auch. Fünfe gerade sein lassen. Ich glaube, scharfe holen die da nicht raus. Aber es ist ja schon bizarr. Also man infiltriert ein Lager der russischen Armee. Erstmal hören die russischen Soldaten Kim Wild, Kids in America und Co. Ja, ich glaube, da werden die nicht so wirklich begeistert gewesen. Also eigentlich Musik vom Klassenfeind. Und dann reden sie ja auch darüber, was ich gut finde, dass da irgendein Agent durch Afghanistan läuft, der Kollegen kidnappt. Und dann hole ich halt mit diesem Ballonsystem, was unendlich wirkt eigentlich, kann ich 20, 30, 40 Russen rausholen. Also eigentlich müsste Nena laufen, 99 Luftballons. Und was dann der Widerspruch ist für mich in der Dramaturgie, okay, ich mache das bei dem Lager. Ich mache das da. Ich mache das da. Und jetzt kommen zwei Probleme für mich. Erstens, ich hole die Russen, das sind ja keine Söldner, sondern die gehören der russischen Armee an. Ich hole die Leute raus, teilweise auch einen Oberst oder einen General, die also da schon eine gute Rolle spielen. Die schicke ich mit dem Ballon in meine Basis und sofort sind es anonyme Spezialisten, die für mich arbeiten, ohne zu murren. Und der zweite Punkt ist, warum reagiert das Kommando der Russen nicht mit mehr Kampfhubschraubern und Luftüberwachung? So wird es mir auch, das ist halt so ein Spieldesign-Widerspruch für mich, aber auch dramaturgisch. Also kann ich die natürlich, recht bequem kann ich da meine Mutterbasis mit Menschen füllen. Ich finde auch, sie reagieren besser, was die Ausrüstung angeht. Also wirklich, dass du schon merkst, irgendwann kommst du mit den Headshots halt eben nicht mehr weiter, weil sie dann Stahlhelme tragen, was auch immer. Dass da schon so eine gewisse Anpassung zu erkennen ist. Aber was die Balance angeht, da sind sie irgendwie blind, obwohl sie immer schön nachgucken. Aber sie reagieren halt zu wenig. Dabei, wir hatten die Entscheidung angesprochen, die du vermisst, die ich auch vermisse. Und dabei kann Kojima ja auch, das hat er in früheren Spielen bewiesen, Wechselwirkung, auch überraschende. Wie zum Beispiel, also auch wenn es darum geht, töte ich die alle oder nehme ich die als Geisel? Er kann ja Wechselwirkung, wie auch Metal G3. Da bist du ja quasi dann der Geisterarmee begegnet, der Leute, die du erschossen hast. Also je mehr Leute du erschossen hast, desto mehr waren dann in dieser Geisterarmee. Und ich habe mir mehr von diesen auch klaren Wechselwirkungen versprochen. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, irgendwie, wenn ich das jetzt auf die Spitze treibe, dann wird schon was passieren in irgendeiner Form. Es passieren auch Dinge, so ist es nicht. Aber für Kojima-Verhältnisse oder für Metal Gear-Verhältnisse ist mir das zu wenig gewesen. Ja, mir auch generell, wie er die Story ein bisschen zu sehr für mich in den Hintergrund tritt. Genau wie die Bosskämpfe halt auch. Das ist das, was Metal Gear für mich immer ausgemacht hat. Also erstmal die starke Story, Bosskämpfe, cineastische Inszenierung, das wurde alles zurückgefahren zugunsten eines doch verbesserten Spielablaufs. Also was die Möglichkeiten jetzt angeht, ist das schon das beste Metal Gear. Ja, muss man sagen, innerhalb der Reihe ist es eindeutig spielerisch das beste Metal Gear. Es ist viel Konventionelles drin und wenig wirklich, sage ich mal, von dem, was kreativ zum Beispiel mit den Kassetten passiert ist in Ground Zeroes, wo ich zum Beispiel einen Aufenthaltsort finden musste nach der Kassette, also nach den Geräuschkulissen, die in der Kassette wie so ein Brotgruben ausgelegt worden sind, dass ich die finde. So was habe ich hier vermisst. Ich dachte, da kommt viel mehr, so was. So sind die Kassetten. Das ist auch wieder für mich auch dramaturgisch ein Problem, dass die Kassetten, die ich mir alle anhöre, dass die komplett getrennt sind eigentlich von dem eigentlichen Story-Erlebnis. Also dass es keine Wechselwirkung auch hier wieder gibt zwischen, du hörst was in einer Kassette und das ist für dich der Input oder das ist für dich der, sage ich mal, der Dosenöffner für eine Nebenmission. Das wäre cool. Oder generell, dass die halt eben ins Spiel eingebunden werden. Nein, sind sie nicht. Du findest Kassetten mit Musik drauf. Nachher kommst du zurück und bekommst neue Kassetten zum Anhören in deinem Hubschrauber oder auch während Missionen, was ich ja einmal versucht habe, aber dann ganz schnell wieder sein gelassen habe, weil einfach zu viel passiert. Du kannst nicht gleichzeitig eine Kassette hören, den Codec-Gesprächen lauschen und dann meldet sich noch der iDroid wieder, dass irgendwas passiert ist. Also für mich war das so ein Overflow, der mich fast dazu gezwungen hat. Mir die Kassetten wirklich nur separat. Das habe ich nachher auch so gemacht, weil es zieht dich natürlich auch aus der Situation raus. Das ist eigentlich auch ein Regiefehler, dass überhaupt auf drei Kanälen Informationen gleichzeitig dann ablaufen, die du gar nicht verarbeiten kannst und die dann eher dafür sorgen, dass du nichts behältst davon. Ich habe manchmal auf so einer Meta-Ebene das Gefühl gehabt beim Spielen, das, was Kojima, weil du meintest, es ist Spieldesign technisch das beste, Metal Gear und so weiter, das ist aber der große Kompromiss, den er hier eingehen muss. All das, was ich dramaturgisch vermisse, das kriege ich dann zurück in Form von Sammeln. Also es ist auch so, dass hier auch nicht alles schlecht gemacht ist, was man sammeln kann, dass es sogar teilweise gut eingebunden ist. Ich finde es halt im Vergleich zu vielen anderen Open-World-Spielen, Beispiel Assassin's Creed, Federn sammeln und so weiter, finde ich es hier schon noch sinnvoll. Also ich nehme immer gerne Ressourcen mal mit, wenn ich so irgendwo blinken sehe oder auch die Hive, tanzen, weil ich schon weiß, dass es mir was bringt. Ja, aber für mich ist auch der Widerspruch, ich mache es ja auch. Aber wenn man wirklich mal den Finger in die Wunde legt, ich bin Big Boss, ich lag neun fucking Jahre im Koma, ich wurde wieder fit gemacht, ich bin für die richtig, richtig wichtigen Sachen zuständig, denn meine Fähigkeiten sind ja laut Statistik überall A++ in allem. Ja, jetzt haben wir es zu Blümchen. Ja. Warum kann ich da nicht irgendeinen, den ich per Ballon rausgeholt habe und es sind nicht wenige, sondern hunderte, die ich rausholte. Warum kann ich die nicht viel früher, warum kann ich das nicht auslagern viel früher? Oder auch diese Materialbeschaffung und solche Geschichten. Klar, man kann gewisse Dinge dann ja indirekt machen, über die Unterstützer und so, so ist es nicht. Aber am Anfang fühlte ich mich schon auch, trotz Big Boss, wie Big Laufbursche. Ja, ja, das stimmt. Und was natürlich auch, was mich persönlich sehr, sehr gestört hat, gegen Ende des ersten Kapitels kommen halt Situationen, wo er eigentlich den Cliffhanger nutzt, wie man das eigentlich von den TV-Serien kennt, aber es auf eine Weise nutzt, die mir völlig zuwider ist. Also es kommt halt dieses, Fortsetzung folgt, in sehr aufregenden, spannenden Szenen, wie wir es auch von TV-Serien kennen. Aber dann passiert Folgendes, man wird in die Luftzentrale zurückversetzt und kann dann wieder, wenn man will, stundenlang auf der Basis rummarschieren und dann irgendwann sagen, ja, okay, jetzt möchte ich doch wieder zurück. Und wird dann da wieder mitten in diese Szene reingesetzt. Das ist natürlich ein kompletter Bruch eigentlich. Ja, es hätte so sein müssen, wie es dann auch eigentlich standard ist, to be continued, ja klar. Und dann wird die Handlung einfach an einen anderen Schauplatz versetzt. Warum spiele ich nicht zum Beispiel dann in dieser Situation mal kurz Ocelot oder sonst wen? Aber es kann nicht sein, dass die Handlung so krass unterbrochen wird, ganz woanders weiterspielt, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt in dieser Situation. Und dann geht es plötzlich weiter. Und das war für mich wirklich ein richtiger Downer. Also sowas hätte ich von einem Metal Gear und von einem Regisseur Kojima nie erwartet. Ja, es gibt wirklich Dinge, da bröckelt auch sein Nimbus. Ich meine, es ist ja so, man darf es jetzt auch nicht zu... Oder andersrum. Innerhalb der Metal Gear Geschichte gab es ja schon immer Widersprüche und Dinge, wo man den Kopf geschüttelt hat oder so. Und sich gedacht hat, da möchte ich jetzt bitte keine Nacherzählung machen, denn Kojima weiß selber nicht genau, wie da jetzt die Chronologie ist und welcher Atomarkt und wer jetzt genau wo was macht. Und hier ist das so, ich habe mir schon ein bisschen mehr Reife auch gewünscht, auch innerhalb des Storytellings von Kojima, dass er da mehr, dass er da klarer und spannender und auch emotionaler erzählt noch. Und es wirkt teilweise wie so ein Baukastenprinzip. Ich glaube, was Phantom Pain ganz gut getan hätte, wäre vielleicht einfach mal zwischendurch ein Wechsel. Dass du nicht immer diese absolute Infiltrationsfreiheit genießt, sondern tatsächlich zwischendurch einfach nochmal solche Sequenzen eingeworfen werden wie beim Einstieg. Dass du halt eben nochmal ein bisschen begrenztere Areale hast, ein festeres Drehbuch auch. Ich glaube, es hätte echt nicht geschadet, um auch für einen Hauch mehr Abwechslung zu sorgen. Wo ist der CIA eigentlich? Der ja schon eine wichtige, also die Mujahedin sind nicht da, der CIA ist nicht da, es ist nur die russische Armee da und ab und zu taucht dann auch nichts Cypher auf mit dem Skullface. Da gehen wir jetzt auch nicht weiter auf ein, aber auch diese Art, das ist ja wie ein Deus Ex Machina manchmal, Skullface. Auf einmal ist er da, auf einmal wird alles zerbrochen und zerschossen und du wirst konfrontiert mit dieser Situation. Und ich finde auch, dass es Kojima nicht gelingt, diesen übernatürlichen Gegner wirklich harmonisch einzubinden, dass man neugierig dran bleibt und so weiter. Man wird einfach immer nur ins brennende Chaos geschmissen. Ja, das sind auch wirklich, Metal Gear verbindet man auch immer mit gewissen Überraschungen in der Geschichte. Und jetzt auch ohne zu spoilern, aber wer jetzt Skullface wirklich ist, fand ich... Ich glaube, das ist... Also da sind sich, glaube ich, auch alle einig, dass es zum einen in Sachen Open World, also im spielmechanischen Open World Design ist es wirklich wie eine Fingerübung, wie eine Art, wir versuchen auch mal was. Das ist zwar auch lobenswert, aber es passt nicht zusammen. In der Dramaturgie hast du die Widersprüche und in der Geschichte, also das, was du jetzt... Also in den Auflösungen, über die wir ja jetzt nicht sprechen, aber es ist dann letztlich auch unbefriedigend, wenn man an die Punkte denn letztlich gelangt, innerhalb dieser Episodengeschichten, wo man dann endlich mal was zu fassen bekommt. Also wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht über Metal Gear. Und tun es immer noch. Und tun es immer noch. Wir lieben die Reihe. Es macht uns richtig Spaß. Und wir... Vielleicht habt ihr jetzt so auch verstanden, warum uns das aktuelle Werk von Hideo Kojima nicht ganz so faszinieren konnte, wie es vielleicht zu erwarten war. Aber auch nach Ground Zeroes, was ja ein guter Vorgeschmack war. Dafür war dieser Epilog da, um die Widersprüche und die Probleme in der Dramaturgie zumindest ansatzweise aufzuzeigen.